Sie, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, genau Sie sind wahrscheinlich auch Opfer des Manipulativen der Sozialsparten. Und die Aufgabe von Weltrat und NextScientistsforFuture.de, dem Arbeitskreis des Weltrates, ist genau Sie zu retten und zu beschützen vor diesem Manipulativen in der Welt, besonders dem Manipulativen der Sozialsparten. Viele stöhnen ja im Moment über das Manipulative der Impf-, Pharma- und Medizinsparten. Aber die Sozialsparten sind wahrscheinlich der größere Killer der Menschheit. Natürlich ist auch die Rüstungsindustrie-Sparte einer der Killer der Menschheit mit ihrem Manipulativen oder auch der innere Sicherheitsapparat ist auch mit seinen Manipulativen. Also alle haben sie ihr eigenes Manipulatives, weil unserer Welt die positiven Anreize fehlen, die das Manipulative hätten unterbinden können, sozusagen. Das Problem ist eben, dass die Sozialsparten wie jede andere Sparte natürlich richtig wachsen können, natürlich nur, indem sie als Mensch möglichst auch ein Sozialfall werden. Ein Arbeitsloser, ein Obdachloser, ein Sozialfall. Das heißt, jede Sparte neigt dazu, den Rest der Welt in Kunden zu verwandeln. Und das ist der Punkt. Ich fange mal an mit der Weltrat wurde gegründet rund um die Anekdote vom alten China. Ja, da wird so gesagt, dass angeblich mal irgendwann im alten China der Arzt, der Heiler, so lange beschenkt worden sein soll, wie alle im Dorf glücklich und gesund waren. Da steckt schon mal was drin. Da stecken diese positiven Anreize drin. Er wurde beschenkt für Gesundheit, nicht für den Verkauf von möglichst vielen Behandlungen, Impfungen, Tests und so weiter. Es ist also ein positives Anreizsystem. Da sind also PAs gesetzt, positive Anreize gut gesetzt in dieser Anekdote. Und wenn dann irgendjemand krank wurde, das verweist auf das Thema der allgemeinen und speziellen Messgrößen. Irgendwie bestand in den Dörfern die Messgröße, dass alle miteinander gesprochen haben, dadurch alle erfuhren, dass jemand krank oder unglücklich war im Dorf. Dann reduzierten alle im Sinne der positiven Anreize ihre Geschenke. Die positiven Anreize wurden also zurückgefahren. Das wäre bei uns zum Beispiel das Zurückfahren der Verdienstzuschüsse. Das wäre eine Möglichkeit, das Reduzieren der Verdienstzuschüsse. Und dadurch und die vollen Verdienstzuschüsse, also die Geschenke, gab es erst wieder voll, wenn der Mensch wieder kerngesund und glücklich war. Da steckt also alles drin. Und da ist dann auch mit dieser Anekdote, ist auch im Prinzip gut vorgesorgt gegen die vorteilbringenden Irrtümer als die Pest der Menschheit. Also vorteilbringende Irrtümer stehen ja für das Manipulative in der Menschheit. Und Sie, liebe Zuhörerinnen, als Manipulationsöpfer, Sie wollen wir schützen und retten vor diesen manipulativen Inhalten. Es wurde jetzt auch auf der Homepage nextscientistsforfuture.de das vierte Alleinstellungsmerkmal des Weltrates benannt, nämlich die VIAT, die vorteilbringende Irrtümer-Abbautherapie oder Aussterbenlassenstherapie, die natürlich auch den Abbau, denn Sie, liebe Zuhörerinnen, sind ja wahrscheinlich nicht unbedingt, wenn Sie nicht selbst zur Sozialsparte gehören, sind Sie ja nicht Träger von VIs, sondern von denen in ihren Köpfen umgewandelten VIs, die in ihren Köpfen wirken als parasitäre Meme, also PMs oder Killer-Viren des Geistes, KVGs, oder Viren des Geistes, VGs, könnte man sagen. Aber bleiben wir lieber bei Killer-Viren des Geistes, weil sie wirklich ihr Leben zerstören. So, und jetzt haben natürlich viele ein Problem damit, überhaupt zu erkennen, dass es diesen antikooperativen Anteil gibt, dass es also das Manipulative gibt und damit das Schädliche. Und das ist unser Problem. Deswegen müssen wir Ihnen immer erklären versuchen, was es mit den VIs, mit den vorteilbringenden Irrtümern auf sich hat. Und, ja, ich mache mal ein Beispiel. Aber erst sage ich Ihnen noch mal kurz hier, wir sind wieder bei den News zu WIR 2020, die Basis, Bhakti, Füllmich, Schiffmann, Köhnlein, Reuter, Rosen. Ja, letztendlich gibt es nur das Neue, dass eben morgen die nächste wichtige Talkshow ist, wo ein WIR 2020-Mitglied wieder Fragen stellt an zwei Experten und damit das einzig Richtige tut, nämlich versucht, von den nextscientistsforfuture.de zu lernen, mit welchen Programmpunkten und Wahlprogrammsänderungen man sich das Potenzial der nextscientistsforfuture.de, nämlich 56 Prozent der Wählerstimmen, veröffentlicht. Und, denn das bisherige Wahlprogramm steht jedenfalls bei uns intern unter Verdacht, dass es gerade mal für allerhöchstens 4,9 Prozent reichen könnte, aber für nicht mehr. Ja, und jetzt gehe ich mal drauf ein hier. Also, der antikooperative Anteil ist auch irgendwo das Manipulative. Und der Anfang alles Manipulativen sind Irrtümer, also Mutationen. Und, ja, ich lese mal vor, was hier dazu steht. Über vorteilbringende Irrtümer müssen wir ja nur sprechen, weil die parasitären Meme und die Killerviren des Geistes es geschafft haben, dass die meisten glauben, es gäbe sie nicht. Ja, das ist ja das Wesen, ja, wenn in der Natur ein Organismus eine Mutation aufweist und die ihn in den Status eines Parasiten versetzt, nämlich, dass er einfach parasitär lebt, sozusagen. Wie wir, das ist ja nur ein Name. Er beschafft sich halt auf eine bestimmte Weise die Ressourcen, die er braucht. Ja, und wir nennen das dann in der Biologie Parasitismus oder so, Schmarotzertum oder so. So, und natürlich ist es entscheidend, dass der Wirt, die Wirtspflanze oder was auch immer dann, nicht merkt, dass es parasitiert wird und deswegen dann auch keine Gegenmaßnahmen unternehmen kann. Und das entspricht bei Menschen, dass man die parasitären Meme, die man im Kopf hat und die Killerviren des Geistes, dass man gar nicht erkennt, dass man da Unwahrheiten im Kopf hat, also Irrtümer im Kopf hat, sondern dass die Vorteilbringenden Irrtümer sind dann besonders erfolgreich, wenn die Opfer glauben, es gäbe gar keine Irrtümer, sondern es wäre alles Wahrheit. Und ein Beispiel wäre jetzt zum Beispiel der Aberglaube, der Anti-, der Pseudo-Linke und Pseudo-Soziale Aberglaube, den ja auch Professor Hans-Werner Sinn aufgedeckt hat hier, dass hier dieser Irrtum hier, dass Mindestlöhne und ich will ergänzen Tariflöhne und Gewerkschaften positiv für uns alle sein. Warum ist das ein vorteilbringender Irrtum für die Sozialspartler? Ich muss erst einmal kurz zeigen, hier ist also der erste Sozialspartler der Evolution, wann auch immer der war, also irgendwann ging die Wohlfahrt als nicht kommerzielles Geschehen irgendwann über in die Sozialsparten, also in das Geschäft mit den Sozialfällen. Und da sagte dieser gute, gute Sozialspartler, war noch in der Wahrheit und sagte, Ich muss bös aufpassen, dass ich nicht anfange, Sozialfälle zu erzeugen, um auf Kosten der Gesellschaft zu schmarotzen und zum Parasiten zu werden. Das ist ein guter, früher Sozialspartler. Ich muss aufpassen, dass ich mich überflüssig mache als Branche. Das gibt es als Gerede immer noch in dieser Branche. Es wird nur überhaupt nicht praktiziert, sondern praktiziert wird das Gegenteil. Weil irgendwann nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion kommt es zu einer Mutation. Und ein Irrtum und eine Mutation sind eigentlich Synonyme. Weil Wahrheiten sind eigentlich der Urzustand der Menschheit gewesen, dass die massenhaft verbreitet waren. Und jetzt kommt es immer wieder zu Mutationen, dass Menschen sich irren. Und das ist ganz normal. Das ist genauso wie unser Genbestand. Aus gutem Grunde unser Genom keinen Schutz gegen Mutationen, also Veränderung, Variation hat. Genauso hat aus gutem Grund unser Gehirn keinen Schutz gegen Variation oder Mutation, weil es sonst ja auch zu keinen neuen Erkenntnissen und neuen Wahrheiten kommen könnte. Und die Irrtümer sind einfach nur ein Preis, den wir dafür zahlen müssen, dass es im Gehirn auch zu positiven Mutationen kommen soll. Und diese Irrtümer jetzt hier, die erweisen sich, dieser Irrtum, nämlich dass es angeblich eine linke Politik sei, einen Mindestlohn und einen Tariflöhne und Gewerkschaften gut zu finden sozusagen. Dieser Irrtum erweist sich für die Sozialspartner als vorteilbringende Irrtum und für den Rest der Welt als parasitäres, alles zerstörendes, manipulatives, schmarotzerisches Mem bzw. Killer-Virus des Geistes und zerstört die ganze Welt, verwandelt die ganze Welt in Kunden der Sozialspartner, weil nämlich jetzt Folgendes passiert. Wir führen Mindestlöhne ein und Tariflöhne und Gewerkschaften und das führt dann dazu, dass alle Niedrigqualifizierten arbeitslos bleiben und dann als Sozialfälle die Sozialspartner in der Betreuung dieser Sozialfälle, die ständig mehr werden, gute Karrieren machen können. Und die können dann hier ein leibliches Kind, drei, vier leibliche Urenkel ernähren und so weiter und werden die Vorfahren aller heutigen Sozialspartner. Und hier gibt es dann auch Schüler, also geistige Nachahmer und irgendwann gründen die eine Universität und dann werden sozusagen am Fließband Sozialspartner produziert, die alle die gleichen vorteilbringenden Irrtümer ihrer Branche tragen. Und das ist genau das Dilemma und davon sind sie auch manipuliert und es gibt ja noch viele andere vorteilbringende Irrtümer. Ich nenne nur mal ein paar Beispiele. Hier ein paar sind zum Beispiel, alle Menschen sind gleich, alle Neugeborenen sind Genies. Es ist völlig egal, wer oder woher Kinder kommen. Die müssen nicht von den Klügsten und denen mit den größten Gehirnen kommen, weil ja alle gleich sind. Es gibt ja gar keine größten und leistungsfähigen Gehirne, weil quasi diese vorteilbringenden Irrtümer der Sozialspartner widersprechen also allen naturwissenschaftlichen Wahrheiten, die absolut gesichert sind, nämlich dass es große und kleine Gehirne geben muss, weil es sonst auch gar keine Gehirnevolution jemals gegeben hätte, von einem halben Liter auf heute 1,35 Liter im Durchschnitt. und die verleugnen, dass es also die Bandbreite gibt zwischen circa 2 Liter und circa 1 Liter Volumen und dass damit entsprechend die Leistungsfähigkeit damit sehr hoch korreliert und so weiter. Nicht absolut, nicht 1 zu 1, aber hoch korreliert, vielleicht 0,7 oder 0,8 damit korreliert. Und alle Realitäten werden verleugnet, wo es nur geht, weil wenn dann nämlich alle gleich sind, dann kann ich ja die Türen öffnen, egal woher. Ich kann es gut finden, dass hier bei den Sozialfällen lauter Kinder geboren werden. Das ist praktisch, weil die Kinder werden auch zum großen Teil wieder Sozialfälle und dann können wieder die Sozialsparten gut verdienen in der Betreuung dieser Sozialfälle. Und ich habe dann auch nichts dagegen und mache keine systematische Politik dagegen, dass unsere Karrierefrauen null Kinder bekommen. Dass dagegen, da sehe ich ja dann gar kein Problem. Ich sehe ja dann gar nicht, dass der Intelligenzdurchschnitt dadurch immer weiter absteigt, bis sogar irgendwann niemand mehr da ist, dass niemand mehr die Gehälter der Sozialspartler bezahlen kann. Aber dagegen sind die, solche Evolutionsverläufe sind ja keine geplanten Verläufe. Es gibt also nicht da die Überlegung, wir müssen damit aufhören, weil wir irgendwann am Ende erfolgreich den Ast durchgesägt haben, auf dem wir saßen. Diese Stoppmechanismen gibt es weder bei den Pharmaimpf- und Medizinsparten noch bei den Sozialsparten noch bei irgendeiner Sparte. Erstmal macht jede Sparte so lange weiter, bis sie immer, also mit dem Ziel, also sie hat einfach nur das Programm, folgt einfach nur dem Programm, immer größere Teile der Gesellschaft in eigene Kunden zu verwandeln. Und daran, dass, wenn das mal richtig Erfolg hätte, dass dann irgendwann niemand mehr da wäre, der ihre Gehälter bezahlen könnte, daran kann solch ein Evolutionsprozess nicht denken, weil Evolutionsprozesse keine denkenden Prozesse sind. Also da gibt es keine Logik. Und das führt ja dann auch dazu, dass man sagt, wir können auch einfach hier diesen Reichen einfach mal vieles wegnehmen, denn die sind ja alle leistungslose Einkommensbezieher und arbeitslose Einkommensbezieher, so nennen es die neuen Maxistoidenströmungen und Experten und Reformer. Und Karl Marx hat das noch, Herr Knallherter, gesagt, das sind ja nur Ausbeuter, das sind ja nur wertlose Mehrwertabschöpfer und Ausbeuter. Der hat das also noch ein bisschen anders formuliert. Und genau das führt dann dazu, dass sozusagen in unseren Staaten, in unseren Kontinenten hier oder Staaten hier, Südeuropa, Nordeuropa, hier sitzen wir ja, Deutschland und so weiter, dass dann also die fähigen Leute, die mit den großen Gehirnen quasi sich mit Abwanderungsgedanken tragen, nichts wie weg sozusagen aus Deutschland und Europa, weil ich überall anders bessere Konditionen bekomme für mich, mein Unternehmen, meine Arbeitsplätze und dann nehme ich meine Arbeitsplätze und Maschinen mit und verlasse das Land. Aber das ist ja dann kein Problem, weil die Sozialspartler uns alle geimpft haben mit diesen parasitären Memen, Killerviren des Geistes, dass das ja alles wertlose Menschen seien. Dabei, ich habe das ja gestern deutlich gemacht an dem Löwenbeispiel, hier sind wir dann bei den Milliardärskönigen, Politikkönigen und Journalistenkönigen. Man denkt, wenn man die Unfähigen, wenn man denen einen Tritt gibt sozusagen, dann passiert nichts Schlimmes, weil die sind ja nicht fähiger als die anderen, die sind ja alle gleich. Also noch einmal, alle Menschen sind ja gleich und es ist dann auch in Ordnung, dass alle nur das gleiche Geld haben, Gleichmacherei und Gleichheitsidee gehören sehr eng zusammen. Und dann ist es doch egal, da können wir doch die Politikkönige, die Journalistenkönige und die Milliardärskönige, die können wir doch so schlecht behandeln wie möglich, denn die sind ja unwichtig, weil ja alle neugeborenen Genies sind. Also haben wir doch genügend Nachwuchs an Genies. In solchen unrealistischen Irrtumswelten leben die Sozialspartler und haben uns dazu manipuliert, das auch zu glauben. Ich wette Sie auch ein wenig, liebe Zuhörer, seien Sie ehrlich mit sich. Auch Sie waren Opfer dieser Manipulation, mindestens bis jetzt. Und die Wahrheit ist, das ist wie beim Löwenrudel, die scheinbar, scheinbar oder aus Sicht mancher leistungslosen Einkommensbezieher oder Nahrungsbezieher oder arbeitslosen Nahrungsbezieher, nämlich dass die Löwenweibchen auf die Jagd gehen und dann die Löwenmännchen als erstes fressen dürfen. Ja, solche leistungslosen Nahrungsbezieher, denen kann man doch einen Tritt geben. Ja, dafür gibt es uns den Weltrat, die Next Scientists for Future, dass wir wissen, dass es ganz anders ist, nämlich, dass diese Männchen ungeheuer wertvoll sind, denn wenn sie nicht verhindern würden, dass andere neue Männchen kämen, dann würden die Weibchen aussterben, die Frauen, die Löwenfrauen aussterben, weil sie kein Kind mehr großkriegen würden. Denn erst wenn die Kinder ein gewisses Alter haben, lassen die neukommenden Männchen diese Kinder in Ruhe und töten sie nicht. Also sozusagen, und genauso ist es bei uns, die fähigen Männer sind für uns unschätzbar wichtig. Und die fähigen Männer und Frauen mit den großen Gehirnen, die müssen so viel wie möglich Kinder kriegen oder ein wenig Kinder bekommen. Wir wollen ja die Überbevölkerung nicht weiter anheizen. Also wir müssen hier die, die fähigen, müssen die Kinder bekommen. Und wir brauchen aus aller Welt Zustrom, aus Schwarzafrika Zustrom von den Fähigsten aus aller Welt. Multikultur, ja, aber nur insofern, nicht im Sinne von Parallelgesellschaften, sondern nur im Sinne, dass immer wieder bei uns Fähige dazukommen können aus Schwarzafrika, die dann mit schon länger hier lebenden Kinder bekommen und ihre guten Gene in unseren Genpool einbringen. Das brauchen wir und wollen wir. Natürlich kann man auch wieder hier unsere eigenen Fähigen wieder Kinder bekommen lassen, aber immer ein paar frische Gene aus aller Welt. Das tut eigentlich einem Staat nur gut. So ein bisschen genetischer Auffrischungsimpuls aus aller Welt, von klugen Leuten aus aller Welt, Schwarzafrika und so weiter. Und damit, und hier sollten wir eigentlich gar keine möglichst nahe an Nullkinder kommen. Also auf jeden Fall keine positiven Anreize setzen, hier viele Kinder zu bekommen. Zum Beispiel die Sozialspartler haben uns überzeugt, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen gut sein könnte. Ja, das kann sehr gut sein für die Sozialspartler, weil dann hier mit 2.000 Euro im Monat bedingungsloses Grundeinkommen könnte ich 20 Kinder ernähren, auch wenn das nur für die Erwachsenen gilt. Aber mit 2.000 Euro kriege ich 20 Kinder problemlos gesund satt. Pro Kind 50 Euro im Monat, sagen wir mal. Dann habe ich 20, 10 mal 50, 500. Dann habe ich mit lächerlichen 1.000 Euro habe ich 20 Kinder und 2 Erwachsenen. Dann habe ich mit 1.100 satt. Und zwar gesund, kerngesund. Dann habe ich noch 900 Euro für Wohnungen und Krankenversicherungen und so weiter. Und dann habe ich mit einem bedingungslosen Grundeinkommen eigentlich die Zahl der potenziellen Sozialfälle um 20 vermehrt. Denn ich bringe natürlich den Kindern bei, wie man als Sozialfall lebt. Und da die Kinder dann wahrscheinlich auch kleine Gehirne haben und den Gehirnintelligenzdurchschnitt Deutschlands weiter absenken, gibt es am Ende wahrscheinlich von den 20 Kindern sind vielleicht dann 15 Sozialfälle. Und dann dadurch haben die Sozialsparten wieder 15 neue Kunden gewonnen, die sie betreuen können und wo sie wieder Karrieren machen können in der Betreuung von Sozialfällen. Und das ist genau der Punkt. Schauen wir uns mal die anderen Bilder an, ob wir da noch eine Inspiration kriegen. Ja, und die NGOs, die werden ja von den Sozialsparten auch immer gelobt und gemocht, ja. Weil eben diese NGOs... Weil eben diese NGOs... Weil diese NGOs... Und die Frage ist ja, warum haben wir den NGOs, die ja also sozusagen... Das sind die Bereiche professionelle Bettelei, ja. Also wir sind ja der Meinung, dass jede Verwöhnung aufhören muss und damit grundsätzlich jedes Betteln, ja. Also sozusagen jeder, der nicht kompetent Musik macht. In München prüft man ja die Musiker auf deren Kompetenz, bevor man denen die Erlaubnis zur Straßenmusik gibt. Und das sollte überall auch Standard werden. Damit nicht Pseudomusiker sozusagen dann doch wieder betteln. Und ansonsten außer dieser auf Qualität geprüften Straßen... Also sogenannten Straßenmusiker, Musiker, die Konzerte kostenlose oder freie Konzerte, kostenlose Konzerte auf den Straßen und Plätzen geben. Abgesehen davon wird jede Bettelei und jedes bettelnde Ansprechen verboten. Wer Hilfe braucht wegen irgendwas, der kann gerne sofort sich an die Polizei wenden und kriegt dann auch Hilfe und so weiter. Oder an die Ordnungsbehörden. Aber niemand darf mehr einen anderen Menschen anbetteln. Denn die drittgrößte Geisel der Menschheit sind die NGOs, die als die quasi solche vorteilbringenden Irrtümer an uns ranbringen. Wir müssen jetzt sofort als Deutschland den Planeten retten, die Erde retten, das Klima retten, die Tiere retten, die Eisbären retten, die Pandas retten, die... Ja, also alles retten, nur nicht die Wählerinnen. Und es geht darum, mit diesen manipulativen, vorteilbringenden Irrtümern geht es darum, jetzt dann die Bürger anzugreifen, denen diese vorteilbringenden Irrtümer als parasitäre Meme-Killerviren des Geistes in den Kopf hineinzuschießen, sozusagen. Und sie dadurch zu manipulieren, ihren Geldbeutel aufzumachen und irgendwelche Gelder für irgendwelche Nicht-Regierungsorganisationen zu spenden, von denen dann die Geschäftsführer sich gute Gehälter auszahlen und die Mitarbeiter gute, die Bettler sozusagen, gute Gehälter kriegen. Und jetzt stellt sich ja nur die Frage, wenn wir also sozusagen die NGOs durchschauen, warum hatten wir Fridays for Future, die ja auch eine NGO sind, eine Kooperation angeboten? Ja, ja, in der Not frisst der Teufel auch Fliegen. Natürlich wussten wir, dass das eine schädliche und gefährliche NGO ist, eine Battle-Lie-Organisation ist. Natürlich wussten wir das. Aber wir brauchten ihre Popularität. Greta, Luisa und Carla hätten mit uns viele und könnten auch jetzt noch mit uns viele Weltpressekonferenzen machen, wo dann alle Journalisten aller Welt kämen und wir könnten die Weltrettung zum Thema machen, nämlich wie man überall auf der Welt mit positive Anreize setzen. Also sozusagen VIs aussterben lassen durch PAs, also vorteilbringende Irrtümer weltweit und damit auch alle Parasite und Meme und Killerviren des Geistes und damit auch alles Antikooperative, Manipulative sozusagen aussterben lassen. Und das hätten wir die ganze Welt retten können mit der Prominenz von Greta, Luisa und Carla und so weiter. Aber deren Gehirne waren offensichtlich nicht groß genug, man hat das nicht verstanden und ist dann halt dabei geblieben, weiterhin einfach eine bettelnde, bedeutungslose NGO zu werden. Auf dem Weg befindet man sich ja gerade. Man wird ja kaum noch eingeladen in den Medien und irgendwann wird man völlig vergessen werden. Aber so ist das halt. Aber leider, am Ende ist sowieso, die Gehirngröße ist unser Schicksal. Ob die Menschheit in einem Schrecken ohne Ende landet, hängt von der Gehirngröße ab. So, dann gucken wir doch mal weiter, ob es noch was gibt. Ja, nee, das ist jetzt alles nicht so wichtig. Ja, die Degeneration der Menschheit. Nee, aber so ist es halt auch. Die Links- und Rechtsradikalen sind halt meistens nicht sehr, haben nur sehr kleine Gehirne meistens. Und leider ist es so, dass Fridays for Future ja eine ganz komische Mischung war und ist aus teilweise Linksextremisten mit kleinen Gehirnen und teilweise ziemlich rechtslastigen. Wenn ich an die Uni Köln denke, die Students for Future, die waren ja richtige Rechte. Das waren ja richtige Kapitalismus-Freunde. Die haben diesen Kapitalismus-Freund Frank Schätzing mit seinem Konzept des Schwarmes eingeladen, der ja dann ganz klar sich geäußert hat in der Veranstaltung auf meine Anfrage hin, dass er eben den Kapitalismus gut findet und erhalten möchte. Und wer so voll ist von Irrtümern, das ist eben zwar nur geringfügig rechts, aber es ist eben, ja, das ist ja schon fast Werteunion. Das ist ja schon fast Bejahung des Kapitalismus. Also die Students for Future reichen wie die Scientists for Future in diesen rechten Bereich rein und sind für uns deswegen natürlich keine besonders interessanten Kooperationspartner. Ja, das Großunternehmenscoaching steht ja neben dem Staatscoaching auch noch als Möglichkeit. Hier haben wir übrigens noch mal so einige der allgemeinen Messgrößen, früher Steuerungselemente genannt. Ja, und wie gesagt, den antikooperativen Anteil kann man genauso gut auch den manipulativen Anteil nennen. Das Manipulative. Bitte hören Sie auf und sagen, hören Sie auf zu sprechen von den Manipulatoren. Das haben wir auch bis vor kurzem noch getan. Wir sollten aufhören damit, weil es ist das Manipulative. So, dann gehe ich noch mal drauf ein. Also, ich lese mal einiges vor. Schon die Anekdote vom alten China hat also die Frage der positiven Anreize zum zentralen Thema gehabt und die Messgrößen angesprochen und die Verdienstzuschüsse. Ja, denn diese Geschenke, das sind ja Verdienstzuschüsse sozusagen. Und damit steckt in der Anekdote eigentlich unser gesamtes Weltrettungsprogramm fast schon drin. Das Einzige, was nicht gesehen, nicht so stark betont ist, dass solch ein positiver Anreiz natürlich auch das Ausbreiten und massenhafte Vermehren von vorteilbringenden Irrtümern verhindert zuverlässig. Ja, wenn die positiven Anreize gut gesetzt sind, vermehren sich die Mutationen, ist gleich Irrtümer, nicht massenhaft und werden erst gar nicht zu vorteilbringenden Irrtümern. Es kommt nicht zur Massenmanipulation oder zum Massenmanipulativen mit parasitären Memen und Killerviren des Geistes. Und wenn Sie, liebe Zuhörer, immer noch denken, Sie seien nicht durchmanipuliert, dann leben Sie, sind Sie völlig jenseits der Realität. Sogar wir, die Next Scientists for Future, wissen, dass wir garantiert noch irgendwo parasitäre Meme und Killerviren des Geistes in unseren Köpfen haben, weil jedes Manipulative aufzuspüren ist fast unmöglich, überfördert eigentlich. Deswegen brauchen wir einen Staat, in dem es das Manipulative nicht mehr gibt. Ich lese jetzt einfach mal von vorne her vor, was es noch Neues gibt. Wir sind also bei den wissenschaftlichen Kurznachrichten. Ja, ich lese mal weiter. Bei der wissenschaftlichen Tagesschau, Kurznachrichten, Tagesthemen habe ich ja schon genannt, wie immer die News zu den Parteien. Heute Journal. Und jetzt die Kurznachrichten. Lauter Manipulierendes ist um Sie herum, liebe WählerInnen. Wir wollen Sie davor schützen. Ich kann das gar nicht oft genug wiederholen. Und auch, liebe Experten und Reformer, wir wollen, wir als Naturwissenschaftler haben wir die neue große Erkenntnis, dass Sie Opfer des Manipulativen geworden sind. Meistens Opfer der vorteilbringenden Irrtümer, der Sozialspadler, die in Ihren Köpfen sitzen, jetzt als parasitäre Meme und Killer wie Ihren des Geistes. Und Sie als Experte und Reformer wiederholen im Moment ohne böse Absicht die vorteilbringenden Irrtümer der Sozialspadler. Sie sind quasi von denen im Sinne des Parasitismus verändert worden und verbreiten jetzt quasi die vorteilbringenden Irrtümer der Sozialspadler über die ganze Welt. Ja, liebe WählerInnen, alle wollen nur ihr Bestes, ihr Geld. Sie kennen den Spruch. Und genau davor wollen wir sie schützen. Und das geht nur über eine neue Partei. Bei der Arbeitsamtreform muss die Zahl der insgesamt Arbeitenden des Bezirkes mit zur Grundlage gemacht werden, damit die Mitarbeiter nicht selber Arbeitslosigkeit erzeugen. Ja, wir haben ja eben aufgezeigt, wie die Sozialspadler generell dazu neigen, mehr Sozialfälle zu erzeugen, indem einfach irgendwann irgendwelche Irrtümer auftauchen, die sich dann als vorteilbringend erweisen und dann sich ausbreiten innerhalb der Sparte und irgendwann dann in die Restwelt eindringen als parasitäre Meme und Killerviren des Geistes. Das alles, was ich jetzt hier erzähle, ist übrigens die einzige realistische Psychologie, nämlich die echte Psychobiologie und alles andere ist pseudowissenschaftliche, antinaturwissenschaftliche Irrtumspsychologie. Darauf sollten Sie nicht mehr hören. Ja, damit die, ja, wir müssen also bei der Setzung der positiven Anreize, zum Beispiel der Verdienstzuschüsse und Karrierechancen und so weiter und Beförderungschancen, müssen wir so beachten, dass nicht plötzlich die Mitarbeiter im Arbeitsamt anfangen, in ihren Bezirken für mehr Arbeitslosigkeit wirksam zu werden, nicht bewusst, aufgrund von Irrtümern wirksam zu werden in Richtung Förderung der Arbeitslosigkeit, weil sie dann ja sozusagen diese Leute dann wieder betreuen können und in Arbeiten, in neue Arbeit bringen können und dafür dann wieder regelmäßig Verdienstzuschüsse erhalten. Also müssen wir gucken, wenn die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk generell zunimmt oder die Zahl der Arbeitenden abgenommen hat, dann werden die Verdienstzuschüsse der Mitarbeiter, die für diesen Bezirk zuständig sind oder des Mitarbeiters, der Mitarbeiter darin, die für diesen Bezirk zuständig ist, reduziert, sodass also wieder keine Profitmöglichkeit, wir nehmen den Leuten die Beute weg, heißt immer das Thema, damit also sozusagen Irrtümer sich nicht, gar nicht erst als vorteilbringend erweisen können und damit nicht ein neuer vorteilbringender Irrtum sich jetzt unter den Arbeitsamtmitarbeitern ausbreiten kann. Sie merken, wie schwierig diese Arbeit ist, wirklich positive Anreize gezielt zu setzen, die richtigen Messgrößen einzusetzen und so weiter. Das ist eine Mammutaufgabe, für die man eben mindestens 50 Jahre Wissenschaftserfahrung braucht. Ich habe es schon angesprochen, das generelle Bettelverbot ist sehr wichtig. Und dann auch diese Umverteilung, diesen vorteilbringenden Irrtum, dass es völlig in Ordnung sei, umzuverteilen im großen Stile von den Reichen zu den Ärmeren. Diesen Irrtum habe ich ja eben auch schon aufgeklärt und aufgedeckt. Den impfen wir uns auch. Das ist auch ein vorteilbringender Irrtum, der Sozialspartler. Denn dieser Irrtum führt am Ende auch wieder zu mehr Sozialfällen. Denn wenn die Reichen und die Arbeitsplätze Schaffer alle Deutschland verlassen, werden wir alle ärmer und es wird automatisch wieder mehr Sozialfälle geben. Also insofern ist das alles auch die Umverteilungsidee ist einfach auch nur wieder ein toller vorteilbringender Irrtum, mit dem die Sozialsparten die Politik infiziert haben und eben die Experten und Reformer infiziert haben. Also wir müssen Experten und Reformer auch verstehen als Opfer des Manipulativen, der vorteilbringenden Irrtümer, der Sozialsparten. Ja, und das ist eben entscheidend und da ja, so müssen wir das sehen und deswegen liebe Experten und Reformer kommt in unsere Talkshows und wir helfen euch, das Manipulative in euren Konzepten zu erkennen und dass ihr Opfer des Manipulativen geworden seid, wenn ihr sozusagen zum Beispiel Pseudo oder wie sagt man Marxistoide Konzepte übernommen habt, radikale Umverteilungskonzepte, brutale Umverteilungskonzepte, die am Ende das ganze Land in Armut stürzen können. Genauso wie die Pharma-Medi-Impf-Spartler alle in Kranke verwandeln tendenziell, bis keiner mehr da ist, der sie bezahlen kann, verwandeln die Sozialspartler alle in Sozialfälle, bis niemand mehr da ist, der sie bezahlen könnte. Aber das ist eben so, solche Evolutionsverläufe stoppen erst und da diese beiden Sparten ja auch gegenläufig sind, wird keine Sparte allein jemals das ganze Land in Kranke oder in Sozialspartler erfolgreich verwandelt, in Sozialfälle erfolgreich verwandelt haben am Ende, sodass also eigentlich auch so etwas wie, dass niemand mehr da ist, der sie bezahlen könnte. Es sind ja dann immerhin noch die Pharma- und Medizinspartler da, die die Gehälter der Sozialspartler bezahlen könnten. Also insofern werden solche Evolutionsprozesse wohl von sich aus nie stoppen. Die gehen immer so weiter, wenn wir sie nicht mit positiven Anreizen sofort stoppen und sofort umkehren, diese Evolutionsprozesse. Wir können sie auch sofort beenden, indem wir die Leute ganz direkt aufklären, was ihre typischen vorteilbringenden Irrtümer sind. Das generelle Bettelei-Verbot habe ich jetzt schon dreimal angesprochen. Das ist unendlich wichtig, weil wir müssen die NGOs sozusagen richtig lenken. Wir müssen verhindern, dass die eben den ganzen Staat vergiften und die ganze Politik dazu bringen, mit ihren parasitären Memen, Killerviren des Geistes dazu bringen, dass wir Deutschland ruinieren, um die ganze Menschheit zu retten. Denn für die NGOs treten ja immer mit uns heran, dass sie als Wählerinnen unwichtig sind, aber die Menschheit muss gerettet werden, die Tiere, der Planet, die Erde, das Klima, immer muss irgendwas anderes gerettet werden, nur nicht sie als Wählerinnen. Und wir empfehlen den Parteien ganz deutlich, bitte retten sie nur die Wählerinnen und niemanden sonst, die wollen doch schließlich auch von den Wählt werden. Oder die Evolution der vorteilbringenden Irrtümer ist eigentlich die Evolution des Parasitismus. Und zwar ohne Bewusstheit. Wenn dann irgendwie so ein Lebewesen durch irgendeine Mutation, durch irgendeinen genetischen Irrtum zum Parasiten wird, dann geschieht das meistens ohne Bewusstheit und genauso bei Menschen. Das geschieht fast immer Ja, und dann müssen wir ergänzen, dass natürlich unsere Wahlkonzepte Wohlfühlstimme, Vorwahlen, Mini-Volksentscheide, große Volksentscheide, dass das natürlich zusätzlich zu den gewohnten und vertrauten bisherigen Wahlen gemeint ist. Selbstverständlich. Unser Prinzip lautet ja nicht ohne Nötigkeit alles revolutionieren. Man kann die klassischen Wahlen auch beibehalten, wenn man diese ergänzenden Wahlsysteme dazu nimmt. Dann hat man genügend echte Demokratie. Die meisten Experten, Reformer, sind Opfer vom Manipulativen der Sozialspaten, Impf- Pharmamedizin- Spaten und all der anderen Spaten auch. Und sind Opfer derer VIs, die in deren Köpfen zu parasitären Memen und Killerviren des Geistes werden. Soweit nochmal das Psychologiestudium der echten naturwissenschaftlichen Psychologie. Ohne positive Anreize wurde die Welt die letzten 400.000 Jahre manipulativ und das Manipulative beeinflusste den Großteil ihrer Gesundheit, Langlebigkeit, ihres Wohlfühlens, Glücklichseins und ihres Reichtums negativ. Weswegen wir sie, wir haben mal diese 500 Milliarden Euro jährliches Wirtschaftswunder mal umgerechnet und das Manipulative hat ihnen jährlich 8.000 Euro, also monatlich 700 Euro netto geraubt und das alles geben die Next Scientists for Future ihnen wieder zurück, nämlich monatlich 700 Euro netto stellen sich vor sie haben sie sind jetzt Arbeitnehmer und haben kleines Gehalt was das für ein Segen für sie wäre wenn sie da jetzt 700 Euro jeden Monat netto drauf bekämen steuerfrei netto drauf also 8000 Euro im Jahr etwa es sind alles nur ungefähre Werte und das ist unsere Aufgabe Weltrat die anderen Experten Reformer wurden Opfer dieses manipulativen Geschehens ich kann das nicht oft genug wiederholen das muss in ihre Köpfe rein sonst haben sie ein falsches Weltbild die Next Scientists for Future sind das Entmanipulations Programm für die Menschheit der Weltrat und die Next Scientists sind das Entmanipulations Programm für die Menschheit lassen auch sie sich entmanipulieren kommen sie in die Talkshows und lassen sie sich entmanipulieren schon die Anekdote vom alten China ja ja das hatten wir schon ja ich glaube das war es schon das war es schon mit diesen Kurznachrichten also ich wiederhole nochmal die Menschheit ist Opfer des Manipulativen der Sozialsparten wir müssen die Sozialsparten obwohl alle im Moment ja gebeutelt werden von vom Manipulativen der Medizin Pharma Impf Tests Masken Industrien sozusagen ist das Gefährige das offensichtlich das Manipulative der Sozialsparten noch viel gefährlicher weil es die Parteien dahingehend manipuliert hat ein schlechtes Marxistoides unrealistisches Wahlprogramm aufzubauen ja wir haben ja bei der Landtagswahl Baden-Württemberg von die Basis und wir 2020 EU Wahlprogramme die nur ein Stichwort vertragen Marxistoide Tarnkappen Tarnkappen Marxistische Pseudolinke Pseudosoziale Reform Wahlprogramme ich fürchte dass die nicht mehr als 4,9% erreichen können denn solche Marxistoiden Konzepte das durchschauen die meisten Wähler dass das am Ende zur Verarmung der Gesamtgesellschaft führen wird ja und jetzt zeige ich Ihnen noch zum Schluss das wieder rausgehen also ich gehe hier hin ich habe jetzt quasi eine Präsentation gemacht in einer Talkshow hallo ich winke Ihnen mal sehen Sie meine Hand da sehen Sie ja dann die ganzen Teilnehmer der Talkshow am Donnerstag wieder kommen Sie dazu rufen Sie an bei uns ja Kommentare sind bei uns untersagt weil immer alle Verbrecher des Internets sich dann austoben und das nervt aber Sie können jederzeit bei uns anrufen oder eine Mail schicken mit Ihrer Telefonnummer und kriegen dann einen Rückruf und von daher jetzt muss ich die Präsentation beenden hier würden jetzt alle Teilnehmer der Talkshows die ideale Teilnehmerzahl sind ja vier Personen pro Talkshow weil dann der Bildschirm schön ausgefüllt ist mit den vier Personen viel größer sollte eine Talkshow nicht sein weil es doch sonst zu unübersichtlich wird maximal zwei Experten maximal zwei Fragestellende also Parteimitglieder WählerInnen BürgerInnen ja ja melden melden sie sich nehmen sie teil und ja dann sozusagen melde ich mich wieder ab ja das war's Google Meet sind wir wieder draußen und können und können diese wissenschaftliche Tagesschau heute wieder beenden tschüssi bis bald tschüssi bis m tschüssi bis Vielen Dank.